herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar sind wir noch in quatian unterwegs und haben eine verlassene stadt gefunden kasan heißt sie mit dabei ist und hier geht es dann die treppen hoch wo sind 1000 füßler wie ihr hört ihr hören könnt der pfarrer ist noch aktiv die crocs sind doch nicht so gut zum wandern gedacht wahnsinn warum das ist doch wurscht was zusammenfallen ist und was nicht haben wir das dach schon runter hier ist eine badewanne und hier hinten noch ein einzelner raum so haben die hier in kasan gelebt wahnsinn toilette boiler krass strom hier Influenza hier Influenza will ein foto machen macht sich nagelig schreibt mal in die kommentare ist er ein viech oder ist er eher ist er ein lauch er ist ein lauch guckt euch das an wie er post ja guckt euch das an ja hier poster der alte poster kleiner lena da drüben seht ihr das da drüben seht ihr das wie das alles zusammengefallen ist also das ist ein haus da wächst schon ein baum dazwischen wir haben wie gesagt vereinzelt sollten hier noch ein paar leute wohnen also das ist so die also was sagen wir zu ihrer verteidigung alina hallo leute wir sind heute in der verlassenen stadt und heute ist mit dabei mein großer bruder mein papa okay dann halt nicht sein alina ist mit dabei meine mutter und ich wenn es den fall ist und es geht kaputt kannst was erleben und ja also wir gehen jetzt mal ein bisschen rum obwohl wir schon länger hier sind also hier sind treppen ja 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 ich hab die treppe hoch und sind die treppen aufgelaufen welche treppen da gibt es nur die treppen da ist alles zu ich war hier bei das ist zu also die verlassene stadt ist schon schön ähm ähm Fotos haben wir auch schon gemacht und ähm ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit und dann sehen wir noch so was man sieht und ähm da ist noch eine kirche so jetzt gehen wir weiter das ist krass seht ihr das ich weiß nicht ob es in der kamera so rüber kommt aber was ich krass finde ist der baum wächst hier völlig durch und es fängt langsames regnen an da wächst der ganze traum krass da wächst ein kompletter baum durch haha mega der chassel macht sich schon wieder nagelig schon krass und das ist eine alte stadt die irgendwann mal verlassen worden ist und die neue stadt haben wir ja gleich gefunden das sind wir durchgefahren und haben gedacht das ist auch krass guckt euch das an ha da wächst einfach der baum durch hammer ich glaube der ist nicht so freundlich wie der aussieht ja da oben ist jetzt in der laufung das ist hier sind alte häuser da oben scheint wieder jemand zu wohnen ja das war so die einblicke in dieser klein verlassenen stadt kasa das erste video wo ich eigentlich der meinung dass es deutlich größer ist aber sieht nicht so aus aber ein kleines abenteuer dann würde ich sagen wir sehen uns haut rein bis demnächst dann ist die ganze zeit tief weil dann die scheiße löschen oder dann mal auch wenn dann oder das 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 das